... Noch kurze Zwischenfrage, wie ist das Vertigobefin? Klär ich euch jetzt zu Mann und Frau, packt mal so an ihr Schuss! 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 Dann geht es doch auch erstmal um Rettung zu schießen. Und dann geht es eben auf den Niveau. Noch mal, weil es gut ist, weil ich noch nicht hier bin.